Also jetzt muss ich dir mal ein Video schicken. Also der, wo jetzt hier unten liegt, der ist jetzt schlafend hier oben so, wo er jetzt ist hier, ist der gehangen. Hier zwischen Platte und Käfiggitter. Das sind so ungefähr, ich weiß nicht, ob man es sieht, so ungefähr so zwei Zentimeter. Also das sind so ungefähr zwei Zentimeter Platz. So ungefähr kommt das hin und da ist es so schlafend gehangen, so halb schlafend. Und dann habe ich ihn runter, da ist er wirklich gehangen da drin. Halb zu halb schlafend und wäre vielleicht auch kurz wieder runtergefallen. Und dann habe ich ein bisschen angetippst, dann ist er runtergefallen. Der hier, genau der hier ist das. Und jetzt liegt er da unten und schlägt einfach weiter. Also, das ist wirklich, und die schlafen immer im Futter und überall muss sie überall schlafen. Gell? Gell? Also.